Bereit für eine Reise der Sicherheit und des Vertrauens in die Übernahme von Cortexi? In diesem Video führen wir Sie durch den Prozess, um sicherzustellen, dass Sie ein legitimes und hochwertiges Produkt erhalten. Begleiten Sie uns auf dieser informativen und aufschlussreichen Reise, wie Sie einen sicheren Kauf von Cortexi hier in Österreich tätigen können. Hallo zusammen! Guten Tag! Ich bin hier für ein wichtiges Gespräch über unsere Hörgesundheit. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie grundlegend Hören in unserem Leben ist? Leider ist es ein Gefühl, dass durch die Umwelt, in der wir leben, leicht geschädigt werden kann. Laute Geräusche, Schadstoffe und sogar übermäßiger Einsatz von Technologie sind häufige Ursachen für Hörverlust, insbesondere bei jungen Menschen. Es ist besorgniserregend zu sehen, dass immer mehr Menschen in jungen Jahren mit Hörproblemen konfrontiert sind und oft auf schwere und medikamentöse Behandlungen zurückgreifen. Aber was, wenn ich sage, es gibt eine natürliche und effektive Alternative? Ich spreche von Cortexi, einer revolutionären Ergänzung, die nicht nur das Gehör, sondern auch die psychische Gesundheit zu verbessern verspricht. Cortexi ist eine sorgfältig hergestellte Formel mit Zutaten wie Traubenkern, grünem Tee, Panaxygen, Astragalus aus der Sonne und Markerwurzel, die alle für ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Kräfte bekannt sind. Diese Komponenten schützen nicht nur unsere Ohren, sondern fördern auch eine gesunde Durchblutung, stellen die Elastizität des Trommelfells wieder her und erhöhen das Energieniveau. Am besten ist die praktische Anwendung. Nur eine tägliche Dosis am Morgen, vor dem Frühstück, direkt unter der Zunge oder in Wasser oder Saft gemischt. Die Konsistenz ist jedoch entscheidend. Für beste Ergebnisse wird eine kontinuierliche Behandlung von drei bis sechs Monaten empfohlen. Ich verlinke auf die offizielle Cortexi-Website unter diesem Video. Dort finden Sie detaillierte Informationen und können Ihren Kauf sicher tätigen, um die Authentizität des Produkts zu gewährleisten. Kurzum, Cortexi ist viel mehr als nur ein Hörgerät. Es ist eine Komplettlösung für das Hören und die psychische Gesundheit. Achten Sie darauf, Ihr Gehör natürlich und effektiv zu überprüfen und zu pflegen. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.